Herzlich Willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen, regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Dedischacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Premium Talk, die 13. Folge. Ja, die Zahl 13. Die hat was Magisches seit dem Wochenende. Bayern 04 Leverkusen ist der 13. Meister seit Bestehen der deutschen Fußball-Bundesliga. Zwölf Vereine haben es vorher geschafft und seit dem Wochenende steht fest, Leverkusen ist der 13. Verein, der das geschafft hat und das sehr furios. Darüber sprechen wir natürlich. Aber bevor wir sprechen über Bayern 04 und über weitere Dinge im Fußball, die sich dazugetragen haben am ereignisreichen Wochenende, darf ich wie immer erstmal unsere Gäste vorstellen. Für alle, die jetzt zuhören bei Spotify, bei Apple iTunes und bei YouTube, einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen in die Runde an Ferenc Schmidt und an Dedischacht. Hallo! Guten Morgen! Guten Morgen! Ja, Deddy natürlich mit seiner Expertise auch heute wieder mit dabei. Gut gelaunt, kann ich schon mal verraten, denn seine Schalker haben gepunktet und damit ist die Hoffnung groß bei Deddy und dem Königsblauen Anhang, dass es bei einem weiteren Jahr 2. Liga bleibt, wobei 2. Liga war ja eigentlich nie so dein. Du bist ja hoch damals als Kapitän der Aufstiegsmannschaft Anfang der 90er. Aber gut, momentan ist die Realität 2. Liga. Da ist man schon mit zufrieden. Derzeit soll sich natürlich dann in Zukunft auch wieder ändern. Und apropos hochgehen, hochgegangen dreimal mit dem MSV Duisburg. Legendär ist unser Gast Ferenc Ferry-Schmidt. Ja, und nicht nur eine prägende Zeit gehabt in Duisburg und dreimal aufgestiegen, sondern seinerzeit auch gewählt worden von den MSV-Fans zu einem der wichtigsten Spieler, zu den Legendenspielern. Also 24 Stück gab es da, die sind in Lebensgröße abgebildet im, ich sage immer noch weder auf Stadion, so heißt es ja lange nicht mehr. Und einer davon bist Du. Das macht einen sicherlich auch so ein bisschen stolz, auch wenn es dem MSV gerade nicht so gut geht, oder? Das ist so. Aber ich denke, dass ich auch Beobachter bin des Vereins und Fan des Vereins. Seit 1985 beobachte ich den Verein intensiv. Und ja, ich beurteile dann eben diese Situation aus meiner Sicht und muss halt sagen, dass sich das ziemlich negativ entwickelt hat. Über die Jahrzehnte, vor allem in den vergangenen fünf Jahren hat es richtig rasant an Fahrt zugenommen. Und dementsprechend stößt meine Kritik bei einigen Fans natürlich nicht auf offene Ohren. Und die würden mich da wahrscheinlich am liebsten runterkratzen. Aber gut, dann ist das halt so. Ist auch nicht schlimm. Ja, das ist aber was, wo ich sagen muss, man muss doch froh sein. Gerade im Ruhrgebiet, um die Menschen, die klare Meinung äußern, ob das immer so beliebt ist oder nicht. Und weil wir mit dem MSV Duisburg natürlich aufgrund unseres Gastes dann auch aufgemacht haben thematisch, bleiben wir da auch mal. Wir starten so ein bisschen andersrum. Wir kommen noch zur Meisterwürdigung und natürlich zu Schalke 04. Aber Duisburg vielleicht als Thema ist vielleicht gerade auch am Anfang gar nicht unspannend, weil der Verein eine ganz, ganz schwierige Phase gerade durchmacht. Und ich glaube, seit dem Wochenende glauben auch die kühnsten Optimisten nicht mehr an einen Klassenhalt in Liga 3. Du auch nicht mehr, oder? Nee, schon lange nicht mehr. Also man konnte ja den Niedergang des Vereins seit fünf Jahren erkennen im Vorfeld. Wenn ich so Revue passieren lasse, 2018 im Dezember nach dem letzten Zweitliga-Heimspiel in der Vorrunde gegen Dynamo Dresden, das wir 0-4 verloren hatten, hat Andreas Voss, Thomas Scheiter und ich massiv Kritik an der damaligen Vereinsführung, die heute noch Vereinsführung ist, geübt und gesagt, wo der Hase im Pfeffer liegt und dass man dort einige Dinge dringend ändern müsste. Und das ist halt nicht passiert. Es ist tatsächlich das leider eingetreten, was zu erwarten war. Wenn man das mit einigermaßen neutraler Brille beobachtet, dann verwundert mich das nicht, dass wir jetzt leider in der Regionalliga sind in der neuen Saison. Wie beobachtest du das, Sidi? Du bist ja auch des Öfteren da. Ja, ich sehe es genauso wie Ferry. Der MSV Duisburg hat viele Fehler in den letzten Jahren gemacht. Der erste Fehler war schon mal, an Grelic so lange festzuhalten. Also das ist in meinen Augen einer der schlechtesten Manager, die es im deutschen Fußball gibt. Hat mich sogar gewundert, dass er nochmal einen Verein gefunden hat. Muss man ganz ehrlich sagen, er hat wirklich alles blockiert. Er hat die Möglichkeit gehabt mit den ehemaligen Spielern, mit den Legenden, die schon lange dort waren, zu sprechen. Er hätte da ein Konsortium an Leuten bilden können, die sich vielleicht einmal im Monat getroffen hätten oder vielleicht auch in gewisse Positionen gekommen wären. Das ist nicht gemacht worden. Er hat nur die Spieler geholt, die er gerne haben wollte. Sehr viele Itchis dabei, weil er da einen sehr guten Kontakt so hatte. Also da ist vieles schief gelaufen, bis man dann irgendwann erkannt hat, jetzt muss man ihn wegtun, aber da war es leider schon zu spät. Und leider Gottes hat der MSV in den letzten Jahren immer wieder Entscheidungen getroffen, im personellen Bereich, wo sie einfach mit Falschgelegen haben. Sei es mit Trainern, die sie geholt haben, sei es mit Geschäftsführern. Also ganz schlimm. Und wenn man das sieht, das ist ja mein Verein, wo ich groß geworden bin. Ich habe als Achtjähriger dort angefangen. Ich habe alle Mannschaften durchlaufen, bin dort Profi geworden. Aber insgesamt 15 Jahre beim MSV Duisburg. Und wenn ich dann auch gesehen habe, wie man auch mit mir teilweise dort umgegangen ist oder wie man mit unserer absoluten Aushängeschild und Vereinsikode Bernhard Dietz umgegangen ist. Also das kann man mit Worten gar nicht beschreiben und bin ganz ehrlich, ich sehe es mit dem lachenden und mit dem weinenden Auge. Also, weil ich immer denke, wenn Leute Fehler machen und daraus nicht lernen. Und das ist das Problem. Man hätte ja daraus lernen können, aus den Fehlern, die man gemacht hat. Alle haben Hilfe angeboten, haben gesagt, pass auf, lass uns mal das machen oder lass uns das oder lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal drüber reden. Aber es wurde alles abgelehnt. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann irgendwann den Gang eben in diese Regionalliga antreten muss. Und das ist bitter für den MSV. Aber sie haben das große Glück, dass sie auch richtig gute Fans haben, die zu dem Verein stehen. Und ich glaube, dass dem Verein insgesamt dieser Abstieg wirklich gut tut. Wenn jetzt die richtigen Schritte eingeleitet werden. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt endlich gegen Gewalt hat ja sein Amt zur Verfügung gestellt. Wir werden sehen, ob er wieder gewählt wird oder ob es einen Gegenkandidaten gibt. Das muss man sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Da bin ich aber, bin ich auch ganz ehrlich, nicht so involviert, weil ich mehr mit meinem Kopf und mit meinen Gedanken auch in den letzten Wochen und Monaten mehr bei FC Schalke 04 war. Also der MSV Duisburg ist ein Riesenverein. Wissen wahrscheinlich auch alle, die jetzt hier zuhören, zugucken. Wir werden ja nicht nur im Ruhrgebiet, sondern eben auch deutschlandweit gehört. Und klar ist Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga, Vizemeister in der ersten Ligasaison hinter dem 1. FC Köln und auf Jahre in der ersten Liga aktiv, dann in den 90ern nochmal für den UEFA Cup qualifiziert damals. Also das ist gar nicht so lange her, dass Duisburg auch mal erste Liga spielte, dann lange zweite Liga, jetzt dritte Liga und die Zukunft heißt Regionalliga West. Auch nicht so einfach, da wieder hochzukommen. Ferry, glaubst Du, dass jetzt die richtigen Schritte gegangen werden? Da bin ich noch etwas skeptisch. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass es mir nicht um den Menschen Herrn Wald geht. Herr Wald ist ein netter Mensch. Ich habe mich mit ihm im vergangenen Herbst getroffen, wir haben uns ausgetauscht, nur er hat leider keine Ahnung von Fußball. Er hat auch keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen führt und er hat auch nicht die Fachleute um sich herum. Und das ist das große Problem beim MSV. Der einzige, der dort Kompetenz hat, den haben sie jetzt reingeholt, Michael Preetz als Geschäftsführer. Ich habe mit Michael einige Jahre in Duisburg zusammengespielt. Der ist neben Jürgen Rollmann der intelligenteste Fußballer, mit dem ich in meiner ganzen Karriere zusammengespielt habe. Er hat riesen Erfahrung. Er hat bei einem Klub wie Hertha BSC, wo er Jahrhunderttorjäger ist, wo er eine absolute Vereinslegende ist, Nationalspieler war er. Dann war er Manager in dem Haifischbecken Berlin über viele, viele Jahre. Da hat er auch einen guten Job gemacht und er hat Erfahrung wie kein anderer. Und wer will in Duisburg ihm etwas erzählen, das er noch nicht erlebt hat. Das ist, da gibt es gar keinen. Und Delias vorher schon richtig gesagt, wir haben in Duisburg eine einzige Vereinsikone. Das ist Bernhard Dietz. Der steht über alle. Deswegen heißt es auch MSV Dietsburg. Und das muss man auch sagen, das ist wirklich verdient. Bernhard Dietz hat das geleistet und erreicht, was in Duisburg definitiv nie mehr ein Spieler erreichen wird. Und wenn der Verein jetzt in die Bedeutungslosigkeit versinken sollte, dann wird es sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und du hast es vorher auch schon angesprochen, wie von Seiten des Präsidiums, also sprich von Herrn Wald, mit Bernhard Dietz umgegangen worden ist, das ist wirklich eine einzige Katastrophe. Und jetzt, Herr Wald hat natürlich viele Entscheidungen getroffen, die nicht gut für den Verein waren, die den Verein in diese Präsidium gebracht haben, in der wir jetzt sind. Er hat jetzt mit Michael Breetz einen starken Mann geholt. Ich glaube aber, das war aus reinem Selbstschutz, weil er selber gemerkt hat, dass eben halt für ihn die Luft jetzt auch so langsam dünner wird. Jetzt sind eigentlich alle mehrfach ausgetauscht worden, die irgendwo im Verein so tragende Rollen hatten. Und irgendwann muss man sich halt auch mal hinterfragen, ob er vielleicht, ja, ob man ihn vielleicht nicht mal austauschen sollte. Und ich finde, meine persönliche Meinung ist, er hat Michael Breetz nur geholt als Prellbock. Und Michael hat jetzt einen brutalen Druck, hier etwas aufzubauen beim Verein. Was ich ihm allerdings zutraue, wenn er die notwendige Unterstützung hat und wenn es gelingt, da neue Leute zu finden, die halt auch ein paar Euros mitbringen. Da würde ich den Hut vorziehen, wenn jemand wie Michael Breetz verdient als Spieler, du hast gerade seine Erfolge aufgelistet, plus eben auch in verantwortlicher Situation, ja schon in der ersten Bundesliga bei Hertha, in der zweiten Liga, da aktiv, wenn jemand, wie er dann sagt, in der Regionalliga West, das tue ich mir an und krempel die Eimel hoch und drehe da mal alles auf links, insoweit ich das darf, und bringe den Verein mal wieder allein, wo er hingehört. Also wenn er sich diese Aufgabe annimmt, kann man nur sagen Chapeau, denn er ist im Moment natürlich so ein Stück weit die ärmste Sau. Der kam, da war das Kind schon im Brunnen gefallen und jetzt ist er praktisch das Gesicht des Niedergangs so ein bisschen, weil er eben auch der Prominenteste in der Führung des MSV ist und das wird ihm natürlich gar nicht gerecht. Wo ich ein bisschen gedacht habe, ob das gut geht, das war natürlich schon vor der Saison, aber vor der Saison kann man immer so ein bisschen munkeln, ist so dieses, wir holen Spieler mit reichlich Erst- und Zweitliga-Erfahrung und diese Erfahrung, die macht's, das wird dann schon reichen, um in der dritten Liga zu bestehen. Die dritte Liga ist aber echt, wie hat Peter Vollmann immer gesagt, der, ich glaube, Rekordtrainer der dritten Liga ist er jetzt nicht mehr, das ist glaube ich Dotchef, aber direkt danach kommt Vollmann, glaube ich, wenn ich die Reihenfolge richtig im Kopf hatte. Also der kennt die Liga gut und der hat gesagt, das ist eine Nahkampfliga und das muss man annehmen können. Und ob das so ein etwas gestandener Erst- oder Zweitliga-Profi nochmal macht, sich da wirklich jedes Wochenende komplett auf die Knochen geben zu lassen, das weiß ich halt nicht. Und wie man jetzt sieht, ist es schiefgegangen. Ginczek und Co. es hat nicht gereicht. Das war der falsche Weg, auf eben diese Spieler zu setzen. Ja, das sind ja dann solche Entscheidungen, da man denkt dann, lass uns einen Ginczek holen oder lass uns einen Esswein holen, muss ich mal ganz ehrlich sein, das sind ja Spieler, die in ihren Verein in den letzten Jahren gar keine Einsatzzeiten hatten. Auch eine Verpflichtung, die vor zwei oder drei Jahren getätigt worden ist mit Bakalotz. Zum MSV Duisburg kommen nur Spieler, die woanders nicht mehr gewollt werden, die keine Leistung gezeigt haben und dann kommt irgendeiner auf die Idee im Verein, hör mal, lass uns doch den Bakalotz holen, lass uns doch den Ginczek, der hat da mal vor drei, vier Jahren mal Tore gemacht. Der Ginczek ist ein hervorragender Stürmer gewesen. Sicherlich der Name und seine Statur, wenn er auf den Platz kommt, da haben die Gegenspieler immer noch Respekt. Nur leider macht er zu wenig daraus. Und er hat, und das muss natürlich auch sein, es kommt auch oft die Mitspieler an. Was hast du für Mitspieler? Wenn ich einen Fälscher sehe vom MSV Duisburg, der wurde eingewechselt. Ich war am Freitag im Stadion, der wurde eingewechselt. Die ersten sechs Ballkontakte, alle beim Gegner. Also ich habe gedacht, was geht denn da? Und das ist, da man muss jetzt wirklich, und da sehe ich auch ein großes Problem beim MSV Duisburg, die Scouting-Abteilung. Ich frage mich, wer da scoutet. Auch da besteht die Möglichkeit, ehemalige Spieler einzubauen, die einen Blick haben für Fußballer. Und auch da, auch das ist dem MSV Duisburg ja angeboten worden. Man hat auch schon ganz oft immer, warum holt der nicht den Didi Schacht, der wohnt sechs Straßen weiter. Ja, aber das will man nicht. Da man will schon mal gar nicht Leute haben wie ein Ferry oder wie mich möglicherweise, die ihre Meinung sagen, die vielleicht auch ein bisschen Plan haben und vielleicht auch dem einen oder anderen mal wehtun in dem Moment. Das möchte man nicht. Man möchte alles immer schön ruhig, auch für Ingo Wald. Ich bin ganz ehrlich, der Mann bekommt keinen Cent, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Dass er sich seit Jahren jeden Tag beleidigen lässt. Ich weiß nicht, irgendwas muss ja nicht stimmen. Wie Ferry schon sagte, ein ganz lieber netter Mann so. Ja, absolut. Aber leider Gottes ist der Fußball und Drittliga- oder Zweitliga-Fußball einfach eine Nummer zu groß für ihn. Aber ich frage mich auch, was er für Leute um sich herum hat, die ihm mal sagen müssen, Hör mal Ingo, es gibt so schöne Dinge, die du machen kannst. Warum machst du das nicht? Und es werden nur populistische Entscheidungen getroffen. Da macht man einen Joachim Hopp zum Botschafter des MSV Duisburg. Nichts gegen Joachim Hopp. Lieber netter Kerl, fleißiger Spieler, hat alles gekämpft, hat geackert. Kommt bei den Fans gut an, wenn er seine Interviews gibt. Ich freue mich auch, wenn ich ihn dann manchmal sehe, habe ich was zu lachen. Also alles gut. Aber ich kann doch nicht so einen Mann da mit Sponsoren oder zu irgendwelchen Treffen... Nochmal, es gibt nur eine Vereinslikone. Und die heißt Bernhard Dietz. Und den wollte man damals nur als Grüßonkel haben. Und nicht mit einbeziehen in die ganze Vereinspolitik und im sportlichen Bereich. Und da ist einfach ein riesengroßer Fehler gemacht worden. Und nochmals, ich habe ja vorhin schon gesagt, lachendes und weinendes Auge. Und wenn man solche Fehler macht, dann hat man es auch nicht anders verdient und man muss diesen Schritt gehen. Dann muss man auch zu seinen Fehlern stehen. Ja, sollte man. Das ist so. Aber das Problem ist einfach das, dass er halt Leute hat, die Fußball in seinem Umfeld hat, die dort mit den entscheidenden Funktionen sind, die Fußball eben nur aus den Lehrbüchern kennen. Und das ist ein riesen Problem beim Verein. Du hast es vorher schon gesagt, Scouting-Abteilung, Chris Schmold zum Beispiel. Der Name sagte mir vorher überhaupt nichts. Also ich weiß gar nicht, ob er schon mal gegen den Ball getreten hat. Mag ja sein. Aber das muss ja auch nicht immer sein. Nee, das muss ja auch nicht immer sein. Aber du darfst Fußball nicht nur aus den Lehrbüchern kennen und dann Entscheidungen treffen. Wenn du selber nicht auf dem Platz gestanden bist und nicht weißt, wie sich das anfühlt, dann wird es schwierig. Definitiv. Und das sind halt nur so Leute in solchen Positionen. Gerade nochmal zu Chris Schmold. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht in dem Fall. Er ist Leiter der Scouting-Abteilung seit 2015. Guckt er die Entwicklung seit diesem Zeitpunkt an. Die Empfehlungen der Spieler, die da zugekommen sind. Die Empfehlungen der Trainer. Kannst mir nicht sagen, wenn er Leiter der Scouting-Abteilung ist, dass der dann nicht einen gehörigen Einfluss auf die ganze Sache hatte. Und wie sich dann die Entwicklung des Vereins jetzt heute darstellt. Der wurde dann noch befördert zum Team-Manager oder Team-Direktor, was auch immer. Also da frage ich mich, wer entscheidet sowas? Und ja, das Problem ist einfach, man muss eigentlich gar nicht so viel reden darüber. Man muss nur auf die Tabelle gucken, dann sieht man die sportliche Situation. Man muss in die Bilanzen gucken, dann sieht man die wirtschaftliche Situation. Und beides ist leider beim MSV desaströs. Jetzt ist das Ganze ja kein Wunschkonzert. Wenn es aber eins wäre und du könntest dir aussuchen, wie es weitergeht beim MSV, du könntest so ein bisschen mal so einen Plan formalen, wie es laufen sollte deiner Meinung nach Stand jetzt. Wie sähe dieser Plan aus? Dass man Michael Preetz die vollständige Unterstützung gibt, dass man ihn machen lässt. Und vielleicht sollte man auch mal über eine geordnete Insolvenz nachdenken, um den Verein komplett auf Null zu stellen. Und klar sind einem dann mehr oder weniger die Hände gebunden für eine gewisse Zeit. Natürlich müssten alle Verträge gekündigt werden und der Verein müsste wirklich neu aufgestellt werden. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt in der vierten Liga interessiert den MSV nur noch die Leute halt in Duisburg. Das war aber leider die letzten 30, 40 Jahre schon so. Man spricht heute noch von dieser 63er-Vizemeister-Mannschaft. Bei allem Respekt, das waren sicher super geile Fußballer, die damals gespielt haben. Einen hatte ich noch als Trainer, den Günter Preuß in Duisburg. Der war Mannschaftskapitän dieser Truppe. Aber von dieser Mannschaft, da leben halt auch nicht mehr allzu viele oder sind schon wirklich in so hohem Alter. Man reflektiert auf diese Erfolge von früher und hat dann eben halt über die ganzen weiteren Jahrzehnte mehr oder weniger nichts dafür getan, dass der MSV halt, der ist halt nur in Duisburg präsent. Alle anderen Vereine, jetzt beispielsweise Schalke 04, die ganzen Vereine hier im Westen, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, wo wir nachher noch zu sprechen kommen, die haben es geschafft, eben halt ein Fanpotenzial aufzubauen, was jetzt nicht nur in den Städten präsent ist, sondern ein größeres Einzugsgebiet hat. Und das haben wir leider in Duisburg nicht. Und das ist ein Riesenproblem bei der ganzen Geschichte. Außerhalb von Duisburg interessiert ein MSV. Leider, wenn man es ganz platt ausdrückt, keine Sorge. Ja, ich halte fest, Michael Preetz die sportliche Verantwortung geben, ihn machen lassen und seinen Rat befolgen. Dann könnte es wieder sportlich in die richtige Richtung gehen und rein von der wirtschaftlichen Situation ja vielleicht so die Krise als Chance nutzen, eine Art Planinsolvenz vielleicht dann einleiten, und entsprechend dann von der Situation Null auf wieder aufbauen können. Ja, so tief stecke ich jetzt nicht drin in der wirtschaftlichen Situation. Aber um das im Detail beurteilen zu können, was da genau alles dranhängt. Aber es wäre eine Möglichkeit, um wirklich einen Neustart zu machen. Und einen Neustart, den halte ich wirklich für zwingend notwendig. Jetzt stelle man sich mal vor, da käme mal jemand, der sagt, ich mache jetzt mal alles anders als sonst. Und ich frage mal die, die um den MSV Bescheid wissen, die Kompetenz mitbringen und den MSV auch im Herzen tragen. Würdet ihr da, wenn man euch fragt, nochmal mitgestalten? Ja, bei mir ist das so eine Sache. Ich bin als Repräsentant beim FC Schalke 04. Ich glaube nicht, dass man mich fragt für den MSV Duisburg. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile so ist, dass das von den Fans vielleicht in Duisburg auch nicht mehr so gerne gesehen werden würde. Das ist ja immer so ein bisschen extrem, wenn ein Ex-Schalker wieder zurück nach Duisburg kehrt. Kann natürlich auch sein, dass da mittlerweile so viele sind, die da sagen, ist doch scheißegal, was und wo er was macht, wenn er uns hilft. So wie es bei Ennertz hat ja auch in Duisburg und in Schalke gespielt. Und da hat man ihn in Anführungsstrichen auch verziehen. Obwohl es gibt ja immer so Wahnsinnige, die können das einfach nicht. Und wir haben, Ferry hat immer früher schon gesagt, haben wir, lass den Didi das hier machen, der wird da schon irgendwas auf die Beine stellen. Es ist nichts passiert, also mach ich mir, wenn ich ganz ehrlich sein soll, darüber gar keine Gedanken. Nein, ich mach mir diesbezüglich null Gedanken, das betone ich auch immer wieder. Es ist überhaupt nicht in meinem Interesse eine offizielle Funktion oder Position im Verein auszuüben. Vielleicht Berater? Wenn ich meine Meinung kundzutun habe und die Leute, die in der Verantwortung sind, die wissen schon, dass ich Klartext spreche, dass ich meine Meinung immer offen und frei sage, egal mit welchen Konsequenzen das auch verbunden ist, die werden mich schon ansprechen. Und denen werde ich dann schon meine Einschätzung sagen. Aber ich werde den Teufel tun dort beim MSV, in dem Verein, in dem ich sportlich groß geworden bin, da irgendein Amt auszuführen, weil Stand jetzt ist es hoffnungslos. Du kämpfst gegen Windmühlen, es hat sich wirklich nicht so viel verändert zu früher. Das einzige, was in Duisburg wirklich mega geil ist, sind die Fans. Natürlich gibt es da ein paar dabei, die halt unbelehrbar sind, die das in keinster Weise auch nur ein bisschen objektiv oder halbwegs neutral betrachten, sondern da wird natürlich nichts, die wird man nicht bekehren können. Aber ich bin schon der Meinung, dass dort was machbar ist, aber ich eben definitiv nicht für eine offizielle Funktion zur Verfügung stehe. Okay. Das Einzige, was vielleicht hier so ein bisschen die Leute erfreut in Bocholt, wir sind ja heute wieder, ihr seht es bei YouTube, in den Räumlichkeiten der Premium GmbH in Bocholt, ist, dass es das, ja, kann man da schon von Derby sprechen, dass es das geben wird? Erster FC Bocholt gegen den MSV Duisburg, dann in der kommenden Spielzeit für die Duisburger ein Grauen. Die Bocholter sind sicherlich da nette Gastgeber. So, das aber nur am Rande. Das ist so die Zukunft. Wir schauen in die Gegenwart und gehen in die Stadt weiter nach Gelsenkirchen, jetzt nach dem 2-0 gegen den Klub zu Hause, soweit alles eingetütet für ein weiteres Jahr 2. Liga, oder würdest du so weit noch nicht gehen? Wie ist dein, ja, dein Wort oder wie lautet es zum FC Schalke? Ja, wir haben erstmal am Wochenende ganz wichtige drei Punkte geholt, noch dazu, wo die anderen Konkurrenten von uns verloren haben, beziehungsweise Braunschweig unentschieden gespielt hat gegen Hannover. Ja, wir haben am Wochenende ein Spiel gesehen, eine Mannschaft, wo ich sagen muss, die alles reingeworfen hat, die gefightet haben, die über den Kampf zum Spiel gefunden haben, die wirklich diesmal Fußball gearbeitet haben. Und das war wichtig, von der ersten Minute an waren sie da, zwischendurch hat der Gegner mal ein bisschen über Wasser, ich sage mal, mehr vom Spiel gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir wieder da, wir gingen dann vor der Halbzeit 1-0 in Führung. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann gegen die Nürnberger die große Chance zum 2-0, aber Karamann hat sich diesmal anders entschieden, hat gedacht, der müsste den Elfmeter hoch schießen, wollte vielleicht mal ein richtig schönes Tor erzielen, bei dem Elfmeter anstatt, wie er es vorher immer gemacht hat, flach. Ja, und machten dann nachher das 2-0 und Müller im Tor hat noch 2-3 überragende Paraden gehalten. Da hätte das Spiel auch kippen können, aber es ist nicht passiert und sicherlich, wie es immer so ist, auch auf Schalke, wenn man einmal gewonnen hat, meint alles direkt, ist alles wieder toll. Toll ist sicherlich noch lange nicht alles wieder. Aber, ich sage immer so schön, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Ob der Patient wirklich auf dem Weg der Besserung ist, das werden wir in der nächsten Woche sehen, wenn wir in Elversberg spielen. Da erwartet uns jetzt wieder ein ganz anderes Kaliber, noch dazu, wo Elversberg jetzt in St. Pauli gewonnen hat, Hut ab. Und wir müssen auswärts einfach mal 3 Punkte holen. Und wenn wir auswärts 3 Punkte holen würden in Elversberg, dann können wir auch ganz anders in das nächste Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf gehen. Wir haben nämlich noch richtig starke Gegner vor der Brust und noch ist das Ding nicht gegessen. Wir sind 4 Punkte weg, das hört sich erstmal gut an, aber das kann sich ja am Wochenende für Wochenende ganz schnell wieder ändern. Eine Niederlage, der Gegner gewinnt, die Mitkonkurrenten und auf einmal stehen wir wieder da. Das ist nur noch ein Punkt, aber die Mannschaft hat am Wochenende so ein bisschen gezeigt, man hat ja im Vorfeld gesprochen, der Trainer hat die Kabine verloren, das ist jetzt eine Entscheidung mit Drechsler, all diese Sachen. Aber die Mannschaft hat ja demonstrativ und extra nach dem Teuerfolg, hat Karaman ja auch jetzt überall verlauten lassen. Ich wollte ein Zeichen setzen, dass wir eine Mannschaft sind. Und deshalb ist ja demonstrativ auch zur Bank hingelaufen, dass alle zusammen sind. Man wird sehen, ob es nicht wieder wie damals nach der Besprechung gegen St. Pauli haben wir gewonnen. Alle haben gedacht, jetzt ist wieder Feuer da, alle sind da. Ja, eine Woche später haben wir wieder gespielt, als wenn wir gerade die Beine geschenkt bekommen haben. Also da muss man ganz ehrlich sagen, jetzt heißt es, das wieder zu bestätigen. Der Trainer, wir sind ja nicht immer in der Woche dabei. Ich denke der Trainer wird sich auch seine Gedanken machen. Und aber was ich immer so ein bisschen bemängel, sind manchmal die Ein- und Auswechslungen. Das könnte manchmal ein bisschen eher passieren oder vielleicht der eine oder andere Spieler. Aber nochmals, ich bin nicht beim Training dabei. Ich weiß nicht, was da passiert. Auch mit dem Drechsler, dass der beurlaubt worden ist, beziehungsweise dekadiert in die U23. Ich denke immer, solche Sachen können anders gehandhabt werden. Da kann man auch sagen, pass mal auf Junge, das war scheiße. Entschuldige dich bei der Mannschaft, du kriegst noch 5.000 Euro Geldstrafe und dann bist du wieder dabei. Trainiere es mit den Jungs und biete es dich an. Aber bei Drechsler und beim Trainer habe ich so ein bisschen das Problem, dass da von Anfang an die Chemie nicht stimmt. Weil er hat ihn vorher auch nicht spielen lassen. Dann hat er ihn in Berlin mal eine halbe Stunde wohl spielen lassen und das war auch nicht der Knaller. Aber ich denke, dass so ein Spieler mit seiner Erfahrung uns weiterhelfen könnte. Und noch dazu hat er vor einem halben Jahr einen neuen Vertrag bekommen und mit dem Anschlussvertrag noch. Und da wurde damals gesagt, Drechsler ist ein Fixpunkt in unserer Mannschaft. Ein Aushängeschild und mit seiner Erfahrung, wir brauchen ihn auch in Zukunft für den Verein. Und das wundert mich so ein bisschen. Aber ich kann wirklich von hier aus nicht beurteilen, was da jetzt genau war. Ich mag nur auch nicht, wenn solche Sachen immer so nach außen getragen werden. Vor allen Dingen muss man auch sagen, wir haben ja genug Baustellen. Und dann muss ich nicht noch so eine Nebenbaustelle da aufmachen, die dann noch mehr nach vorne gebauscht wird als alles andere. Und gerade in dieser momentanen Situation. Weil wir sind noch nicht durch. Wir sind noch lange nicht durch. Nach meiner Meinung geht das bis zum Rostockspiel. Erst wenn wir bis dahin genügend Punkte geholt haben, dann können wir sagen, Klassenerhalt. Und jetzt heißt es volle Kraft voraus. Neue Mannschaft zusammenbauen, sodass wir dann im nächsten Jahr eine bessere Rolle spielen können als in diesem Jahr. Das wäre nämlich jetzt die Anschlussfrage. Die kannst du gerne beantworten, Ferry. Du bist ja auch so ein Stück weit Schalke involviert, spielt in der Traditionsmannschaft von S04 gelegentlich noch mit. Wie ist da so deine Haltung zu S04? Was muss passieren? Wir reden jetzt nicht über die Ist-Situation. Die hat Didi ja gerade schon episch abgearbeitet. Was muss passieren, damit es im Sommer dann zu Besserungen kommt? Und welche müssten das sein? Damit es dann im nächsten Jahr wieder hochgeht. Denn das kann ja nur das Ziel des FC Schalke 04 sein. Aufstieg in die erste Liga. Das ist ja alternativlos. Ja, da hast du recht. Aber zum einen, also ich spiele nicht mehr für die Traditionsmannschaft für Schalke, weil ich leider nicht mehr Fußball spielen kann. Aber hast du bis zu. Ich habe 13 Jahre gespielt mit großer Freude und es hat echt riesen Spaß gemacht. Und den Jungs und dem Verein bin ich natürlich auch noch verbunden. Das ist richtig. Aber mein Verein ist natürlich der MSV, das ist ganz klar. Nur, was muss sich ändern, Cedric? Ändern müsste sich aus allererster Sicht mal den Trainer verpflichten, der Deutsch spricht. Das finde ich die Grundvoraussetzung Nummer eins. der von der Mannschaft akzeptiert wird, der die Spieler motivieren kann. Mit einer ausländischen Sprache, wahrscheinlich auf Englisch würde das machen, wird es glaube ich schon ein bisschen schwieriger werden. Klar, Gegenbeispiele gibt es auch, da kommt man sicherlich noch drauf zu sprechen. Alonso von Leverkusen ist sicherlich das Gegenbeispiel, aber der war halt ein großer Spieler und das ist eine ganz andere Geschichte. Da habe ich eine ganz andere Akzeptanz innerhalb einer Mannschaft. Und das ist Grundvoraussetzung Nummer eins. Dann ist wichtig, dass viele schnelle Spieler verpflichtet werden. Das ist auch so ein Grundproblem, was Schalke hat. Da fehlt so ein bisschen an der Geschwindigkeit. Wichtige Dinge, was vom Umfeld ist, das ist natürlich gigantisch. Die haben 60.000, 62.000 Zuschauer jede Woche. Das hätten die auch rein theoretisch, wenn die absteigen würden, was worst case wäre. Dritte Liga, was aber nicht passiert. Fünf Punkte Vorsprung ist jetzt schon ein ganz ordentliches Polster und die Qualität sollte ausreichen, dass sie die Klasse halten. Aber wie gesagt, die Zuschauer sind ein Pfund. Normal darfst du kein Heimspiel verlieren mit dem Publikum im Rücken. Und ja, wie gesagt, Trainer ist eine Schlüsselfunktion innerhalb der Truppe. Und Geschwindigkeit ist für mich auch ganz, ganz wichtig. Geschwindigkeit, schnelle Spieler, durchsetzungsstarke Spieler, dann eine gute Mischung innerhalb der Mannschaft. Da müssen Fußballer drin sein, müssen aber ein paar Rennerarbeiter drin sein. Dann wird es funktionieren. Wenn ich mir die Mannschaft von Schalke angucke, ja, großartige Spieler kenne ich da gar nicht. Das muss ich sagen. Simon Terodde natürlich, klar, Garant. Aber der kommt natürlich auch in ein gewisses Alt, wo es schwieriger wird für ihn Tore zu erzielen. Karaman, der möglicherweise auffälligste Spieler in dieser Saison, was man so sagen kann. Er ist noch recht, recht auffällig und sicherlich ein Fixpunkt innerhalb der Mannschaft. Wer mir am Wochenende ganz gut gefallen hat, ist der junge Keke Topp, der sich bemüht, der sich reinhaut, der da wirklich um jeden Millimeter kämpft, keinen Zweikampf verloren gibt. Aber insgesamt an der Qualität muss da mehr kommen. Das entspricht nicht dem Anspruch von Schalke 04. Jetzt haben wir zwei Sorgenkinder praktisch abgearbeitet. Aber da fielen gerade viele Begriffe in deinen Erklärungen, wo ich gedacht habe, das eignet sich gut für eine Überleitung. Du brauchst durchsetzungsstarke Spieler, du brauchst schnelle Spieler. Und beides hat der amtierende deutsche Meister zu Genüge in seinen Reihen. Bevor wir über Leverkusen sprechen, wir machen heute die ganz großen Sprünge. Dritte Liga, zweite Liga und jetzt sind wir schon an der Spitze der ersten Liga. Thematisch muss man da schon wach sein, wenn man da mal ganz kurz abschaltet, dass man den Podcast laufen lässt, mal kurz, keine Ahnung, sich ein Kaltgetränk holt und wiederkommt. Da denkt man, wir sind nie jetzt gerade unterwegs. Da muss man jetzt heute schon so ein bisschen aufpassen. Wir machen die ganz großen Sprünge. Bevor wir jetzt über Leverkusen sprechen, lassen wir erstmal Leverkusen sprechen. Ich war gestern auch im Stadion, Leverkusen Bremen, das 5-0, der entscheidende Sieg zur Meisterschaft am 29. Spieltag. Und mein lieber Kollege Niko Hartmann hat danach mal so ein paar Spieler interviewt und die erste Reaktion eingefangen. Und das ist natürlich nach so einem Gewinn einer Meisterschaft immer schön emotional. Und wir hören jetzt nacheinander die Spieler Andrich, Thar, Wirtz und auf Englisch dann noch Armin Adli. Deutscher Meister, wie fühlt sich das an? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich in fünf Wochen, kann ich dir sagen. Emotionen nach dem Abpfiff. Fans laufen auf dem Platz. Was ging in dir vor, ganz ehrlich, in den Schlussminuten? Ja, irgendwie konnte ich schon ab der 65. konnte ich mich irgendwie schon vorbereiten. Zwischendurch kamen mir schon ein paar Mal die Tränen. Am Ende komplett zusammengebrochen. Dann kamen die Fans noch dazu. Ja, ich habe keine Worte so richtig. Deutscher Meister 2024. Schildere uns deine Emotionen. Es ist noch schwer zu beschreiben. Also ich glaube, es dauert noch ein paar Minuten, um das zu realisieren. Ich muss sagen, bei mir ist es noch gar nicht so richtig angekommen, was wir da erreicht haben. Und ja, deswegen ist es natürlich, man freut sich. Aber ich glaube, wir haben heute noch einen langen Abend, wo man noch realisieren kann, was wir da erreicht haben. Wenn du die ganze Saison betrachtest, ist es eigentlich unglaublich. Wie so ein Spielfilm. Ihr seid bis heute ungeschlagen. Was macht diese Stärke der Mannschaft aus? Ich glaube einfach unsere Dominanz auf dem Platz. Dass wir den Gegner dominieren, uns Torchancen rauszuspielen und dann am Ende auch die Tore machen. Und das meistens dann oft genug. Und ja, das macht uns sehr erfolgreich diese Saison, dass wir einfach immer da sind und Spiele gewinnen. Es ist neun Jahre hier im Verein. Neun Jahre bist du hier im Verein. Was bedeutet dir dieser Moment der Deutschen Meisterschaft jetzt? Schwer in Worte zu fassen, was mir das bedeutet. Extrem viel. Wir haben so hart gearbeitet als Mannschaft. Der Verein hat an sich gearbeitet. Die Fans haben die Bude abgerissen in jedem Spiel hier. Und ja, ich bin sehr, sehr stolz auf das, was wir heute geschafft haben. Deutscher Meister, how do you feel? Er ist sehr glücklich. Sehr glücklich für die Fans. Für alle die Leute, die in diesem Klub arbeiten. Die G-Region. Es ist unglaublich. Ich hoffe, dass alle in der Stadt Spaß macht. Und vielen Dank. Alle die Leute, die bei Bayer Leverkusen arbeiten. Alle die Leute in der Stadt. Alle die Fans. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Titel seid. Und vielen Dank für alles. Wie sehen Sie die Emotionen der Fans hier? Ja, wir sehen, dass sie das Ende des Spiels nicht erwarten können. Wir sind sehr glücklich für sie. Ich denke, sie haben es geschafft. Nach so vielen Jahren. Sie waren immer hinter uns. In guten und guten Momenten. Ich hoffe, sie werden es sehr gut. Und ich hoffe, dass noch mehr kommen wird. Was bedeutet es für dich, zu einem ungebeten Champion zu sein? Ja. Es ist etwas verrückt. Ich denke, wir haben es nicht gedacht. Wir haben immer noch Spiele in der Liga. Wir werden versuchen, es wieder zu machen. Aber heute zu einem Champion zu sein, ist es sicherlich großartig. Und alle die Spieler, die das verdienen. Danke an alle meine Team-Mate. Alle diese Leute sind großartig. Und sie machen einen sehr großen Spiel. Ja, sehr speziell. Vor allem auch am Ende Amin Attli. Ich hoffe, man hat ihn verstehen können. Er sagte halt im Moment des größten Erfolges, sagt er halt, wir sind noch nicht fertig. Und diese Gier auf mehr. Und da gibt es mehrere Ziele, die die Spieler jetzt noch haben. Zum einen natürlich den DFB-Pokal gewinnen. Da ist das Endspiel Ende Mai gegen Kaiserslautern in Berlin. Dann die Europa League gewinnen. Da gehört man jetzt auch zu den Top-Favoriten als deutscher Meister. Muss man ganz klar so ansprechen. Zumal ja Liverpool mit einem Bein schon raus ist aus der Nummer. Nach dem 0-3 gegen Bergamo. Und es geht auch darum, den Rekord auszubauen. Diese ungeschlagen Serie weiter durchzutragen. Vielleicht ja sogar ein Rekord für die Ewigkeit. Sollte man die letzten fünf Spiele in der Liga gewinnen, dann hätte man 94 Zähler. 93 ist bisher der Rekord vom FC Bayern München damals aufgestellt. Auch das wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. 94 Punkte. Und das sind alles so Dinge, die beschäftigen die Spieler jetzt so richtig noch. Das war ja gestern dabei. Ich kann ja so ein bisschen schildern. Natürlich wird gefeiert. Aber jetzt auch nicht bis morgens um fünf. Sondern die Mannschaft recht gemäßigt. Mit der Familie und alle drum und dran. waren dann alle noch nett zusammen. Eine Kleinigkeit getrunken. Eine Kleinigkeit gegessen. Und dann haben sie heute frei. Und morgen geht es ins Training für das Spiel am Sonderstag in der Europa League. Und da wird nahtlos weitergemacht. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Was sagst du zum Farnburg-Anferi, zum Meistertitel von Bayer Leverkusen? Deine Gedanken zur Werkself? Also erstmal herzlichen Glückwunsch nach Leverkusen an alle, die daran beteiligt waren. Auch an die Fans natürlich, die es absolut verdient haben. Dass dort der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen ist in diesem Jahr. Und ich denke auch, dass das auch für die nächsten Jahre sicherlich ein ernsthafter Anwärter sein kann. Die haben jetzt 43 Pflichtspiele in Folge nicht verloren. Das ist schon mal Wahnsinn. Die haben, wenn man sich die Notentabelle im Kicker anguckt, unter den Top 20, die ersten neun Plätze sind durchweg mit Spielern von Bayer Leverkusen platziert. Dann kommt, ich glaube, Xabi von Leipzig als Neunter. Und Zehnter ist Djurasi von VfB Stuttgart. Und als Elfter der erste Spieler von Bayern München, Harry Kane. Bayern hat drei Spieler in den Top 20. Leipzig, elf insgesamt. Leverkusen. Leverkusen, Entschuldigung. Leverkusen hat elf Spieler unter dem Top. Elf. Und ich habe ein Spiel live gesehen gegen Hoffenheim. Aber ich habe das natürlich auch intensiv als fußballinteressierter Fan verfolgt. Ich muss einfach sagen, so dominant, wie die gespielt haben, das war Wahnsinn. Ja, die haben natürlich tolle Leute drin. Mit Chaka, diesen Bullen, der da im Mittelfeld… Das ordnet das Ganze. Ja, das ordnet das Ganze. Und dann haben sie vorne drin mit Boniface auch so einen Schrank, so eine Maschine. Rechts Fring Pong, Megaspieler. Hinten Thar, Grimaldi, der der Topscorer in der gesamten Liga ist mit neun Toren und 13 Assists. Er hat die meisten Assists gegeben in der Bundesliga. Der Mixer wie von Leipzig. Also das ist schon Wahnsinn. Die haben eine Qualität, die ist unbeschreiblich. Und die spielen halt technisch extrem gut. Die sind extrem schnell alle. Die sind körperlich robust. Wir haben einen Trainer mit Alonso, der als Spieler wirklich alles erreicht hat. Und ein Wahnsinnsspieler war, der eine Ausstrahlung, eine Aura hat, wo die Spieler einfach drauf gucken. Und das meine ich eben, das ist wichtig. Ein Trainer ist eine Schlüsselfunktion innerhalb einer Truppe. Und das ist bei jedem Verein so. Und da sieht man halt, wo die Marionetten als Trainer sind oder wo halt richtig gute Trainer sind. Und ich bin der festen Meinung, dass Leverkusen, das werden die ja machen, weil Geld wird da sein, die werden sich punktuell noch drei, vier Positionen dazuholen. Eine Riesenqualität haben sie eh im Kader. Und das wird in Zukunft für Bayern München ein richtiges Brett, da nochmal dran zu kommen. Das wäre jetzt nämlich so eine Frage, die One-Hit-Wonder oder vielleicht sogar eine Wachablösung, die da jetzt stattfindet. Leverkusen, Bayern München. Wer macht es in der nächsten Saison? Könnt ihr schon mal ein bisschen vorausgucken. Bist du dabei, bist du dabei bei Ferry oder wie siehst du das? Zum Teil bin ich bei Ferry, ja. Ferry hat nur noch meinen absoluten Lieblingsspieler vorhin vergessen aufzuziehen, Florian Wirz. Das ist natürlich, das ist unglaublich. Das ist für mich im Moment der junge Messi. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist unglaublich, was dieser Junge spielt. Die sehen so gerne Fußballspiele. Ich habe das in den letzten Jahren nicht so wahrgenommen, bin ich ganz ehrlich. Aber in diesem Jahr, das ist einfach unglaublich. Hammer. Ist eine andere Welt, ist eine andere Liga. Und ich hoffe nur, und das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, ich hoffe nur, dass dieser Junge sich nicht verletzt und in den letzten Spielen noch zur Verfügung steht und dann auch noch eine gute EM spielt. Also das ist sehr wertvoll, nicht nur für uns, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Ich glaube auch, dass Rolfes, Rolfes ist für mich mit absoluter Garant für diesen Erfolg, weil er macht seit fünf Jahren einen Topshop. unaufgeregt im Hintergrund, stellt sich nicht in den Vordergrund wie andere, die da gefeiert werden möchten, sondern er macht wirklich einen Riesenjob. Ich glaube auch, dass er mit Alonso zusammen und Caro auch, dass die drei sich zusammengesetzt haben und genau wissen, welche Spieler jetzt noch geholt werden müssen. Welche Spieler passen nicht nur sportlich, sondern auch menschlich in dieses sehr gereifte Team. und der Titel jetzt, der wird Motivation geben für den DFB-Pokal, für die Europa League. Auch da sind noch gute Mannschaften drin. Wenn Bergamo drei Tore schießt in Liverpool, weiß man auch, was man da erwarten kann, wenn man gegen so eine Mannschaft spielt. AS Rom, AC Meiland, Marseille, Betrika Lissabon, klar. Aber sicherlich, wie gesagt, es wird die Mannschaft beflügeln. Und im nächsten Jahr, der FC Bayern, den dürfen wir nie abschreiben. Nein, natürlich nicht. Da wird so viel aufgeräumt werden jetzt, was wir noch gar nicht wissen. Und wir haben es ja schon mal mit Dortmund erlebt damals, als Dortmund den Titel geholt hat. Da hat der FC Bayern auch Gas gegeben, um wieder in den nächsten Jahren die Nummer eins zu sein. Ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren eine ganz heiße Saison. Und das wird dort wieder zwischen Bayern und Leverkusen. Aber man darf auch die Leipziger nicht vergessen. Wir müssen auch sehen, wie geht es in Dortmund weiter, was wird da passieren. Und das ist aber auch die Kunst, das hier zu bestätigen im nächsten Jahr. Aber mit Alonso an der Spitze, der das vorlebt, der diesen Erfolg vorlebt, weil er als Spieler alles gewonnen hat. Und demütig ist sie. Und sehr demütig ist, wie er sich nach außen hingibt. Wir haben vorhin kurz gesprochen schon im Vorfeld. Auch du warst gestern bei der Feier ja dabei und hast gesehen, wie er da voller Demut an dem Tisch mit seiner Familie sitzt, sein Gläschen da trinkt und dann sich aber auch verabschiedet. So sollte es auch sein für einen Trainer. Du musst auch in solchen Situationen, finde ich immer, ein absolutes Vorbild auch sein für deine Spieler. Und das ist er. Weil es gibt ja auch Trainer, die sich dann total gehen lassen und Party machen. Und so aber auch ein bisschen den Respekt verlieren. Dass die Spieler dann denken, was ist der denn? Und die Spieler dann auch manchmal nicht abzuschätzen wissen. Und in der heutigen Zeit ist das noch ein bisschen anders. Wir haben früher noch viel mehr Respekt vor den Trainern gehabt. Aber Alonso, der hat das geschafft, wieder da hinzukommen. Er weiß genau, wie er mit den Spielern umgehen muss. Und wenn er sich so verhält, dann verliert kein Spieler jemals Respekt vor dem Trainer. Und das ist ganz wichtig. Ein riesen Vorteil ist natürlich auch, die Leverkusener sind sehr jung als Mannschaft. Und die haben alle Verträge, die bis 2028, das weiß ich von dem Insider, mindestens dort bestehen, bis 2028. Und von daher, die haben beste Voraussetzungen, dass die Bayern München ablösen können mit der bisherigen Vorherrschaft. Was ein Problem ist bei Bayern, wo ich ein Riesenproblem sehe, ist beispielsweise die offen kommunizierte Gehaltsstruktur. Es sind zehn Spieler dabei, die 20 Millionen verdienen oder ungefähr. Bei Bayer Leverkusen ist, glaube ich, der Top verdiene sechs Millionen, liegt bei sechs Millionen. Und das finde ich dann noch angemessen. Aber alles darüber hinaus, das ist schon irgendwo, es ist realitätsfern, für mein Empfinden. Und da hat Bayern ein riesen strukturelles Problem innerhalb des Vereins, da müssen die erstmal aufräumen. Und dann gibt es natürlich nicht so wahnsinnig viele Spieler, so junge Spieler, die dieses Niveau jetzt schon haben. Und da muss ich sagen, Hut ab vor Leverkusen, die haben Spieler geholt, die keine Sau kannte. Die kannte gar keiner. Wenn Bayern die gekannt hätte, hätten die die geholt, da kannst du sicher sein. Ja, weil mit diesem Argument Geld kannst du wahrscheinlich noch jeden kaufen. Aber da sind wir ja wieder beim Thema. Aber da sind wir ja beim Thema, was wir beim MSV gesagt haben, was wir bei Schalke sagen, was wir bei allen Vereinen sagen. Wenn die Scouting-Abteilung funktioniert und die richtigen Kaderplaner da sind. Und nochmals, Rolfes ist für mich der absolute Garant mit dafür. Weil der hat die Verträge bis 2008 abgeschlossen mit den Spielern, in Zusammenarbeit mit Caro und Alonso. Und auch er hat es auch geschafft, Alonso zu überzeugen, bei Leverkusen zu bleiben. Absolut. Und das ist ein eingespieltes Team. Und so stelle ich mir das vor. Ja, aber die, die du weißt, wie es ist, Fußball hat alles so seine... Seinen Preis. Ja, auch nicht nur seinen Preis, sondern auch seine Haltwerte-Zeit. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch so kommen, dass sie jeden Trainer rauspfeifen, jeden Manager rauspfeifen. Das ist nun mal Fußball und... Aber ich stufe Alonso so ein, dass er genau weiß, der hat einen Plan. Der hat einen absoluten Plan. Er weiß genau, wann er den nächsten Schritt wieder geht. Und genau so hat er jetzt gewusst, wir haben das auch schon mal thematisiert hier. Er hatte ja die Möglichkeit, nach Liverpool und nach Bayern zu gehen. Liverpool hat er sich gesagt, da sind die Fußstapfen zu groß. Jürgen Klopp, der ist ja absoluter Held da. Selbst wenn er jetzt gerade zwei Titel verspielt hat. Nach Bayern, da ist ihm der Charakter der Mannschaft, passt nicht. Das ganze Umfeld passt ihm nicht. Und ich sag ja immer wieder, und da bleibe ich auch bei, er macht jetzt noch ein Jahr Leverkusen. Und dann geht er zu seinem absoluten Lieblingsverein, das ist ja Madrid. Angelotti wird ihn im nächsten Jahr nicht mehr verlängern. Und dann, alles ist bei ihm geplant. Und irgendwann sehen wir Alonso, das sage ich jetzt einfach so, als Nationaltrainer von Spanien. Ja, sei es ihm gegönnt. Also wie gesagt, die Ausstrahlung von ihm, die ist einfach, die ist gigantisch. Bescheiden, demütig, erfolgreich, einfach ein Knallertyp, absolut. Ja, das sagen auch die Spieler natürlich, wenn er in die Kabine kommt. Er trifft auch immer den richtigen Ton. Er ist nie drüber, aber auch nie drunter. Und das ist ja so eine Kunst, die du beherrschen musst als Trainer. Im Idealfall, die aber viele nicht beherrschen. Oftmals, wenn du eine bestimmte Art hast, verbrauchst du dich ja auch gerne mal mit dieser Art. Wenn du zum Beispiel dieses energetische hast, wie zum Beispiel, dient er immer gut als Beispiel Steffen Baumgart, dann funktioniert das mal so eine gewisse Zeit und dann ist es irgendwann verbraucht. Und dann kennen die Spieler das eben auch schon. Aber da immer den richtigen Ton zu treffen, die Anpassungen vorzunehmen. Ich glaube, es gab immer so ein Spiel in Stuttgart jetzt in dieser Spielzeit. 1-1 endete das. Da hat Leverkusen mal nicht so eine gute erste Halbzeit gespielt. Ja, also liefen da so ein Stück weit dem Ball hinterher. Das sah nicht Bayern 04-like aus. Und dann ging es in die Kabine und dann wurde, glaube ich, auch mal so ein bisschen lauter. Und hat sinngemäß, ich war ja nicht dabei, aber dann auch gesagt, es ist mir jetzt scheißegal, ob wir hier gewinnen oder verlieren. Aber spielt bitte den Bayern 04-Fußball, meine Herren. Spielt bitte das, was wir hier an Fußball für uns auserkoren haben. Das haben sie dann gemacht. Am Ende ging es 1-1 aus. Im zweiten Durchgang war Bayern 04 hoch überlegen. Hätten es auch gewinnen können, aber es war eine gerechte Punkteteilung. Stuttgart spielt ja auch eine überragende Saison. Aber das ist so ein bisschen, finde ich, auch eine nette Anekdote, wie er so tickt, wie er so denkt. Es geht ihm eben darum, dass systemtreu gespielt wird. Das heißt, nicht ohne Freiheiten. Das wird ja oftmals verkannt. Also Florian Wirtz, wenn er den auf dem Feld zieht, der hat seine Freiheiten. Die soll er sich auch nehmen. Wir haben alle ihre Freiheiten. Aber trotzdem, diese systemtreu, die sollst du schon auch beibehalten. Weil das ist die DNA des Klubs, die rein sportliche. Und das ist das Konzept, wie Erfolg erspielt werden soll. Und das funktioniert Woche für Woche. Und deswegen schießt ja Leverkusen auch so viele Tore hinten raus. Weil sie eben nicht unruhig werden. Auch wenn sie mal zurückliegen. Werden nicht hektisch, werden nicht nervös. Sondern spielen ihren Stiefel durch. Und wie viele sind es jetzt, glaube ich? Boah, ich habe die von gestern jetzt nicht mehr mit dabei. Aber vor dem Spiel gestern 25 Tore nach der 80. Spielminute. Das hat ja Methode. Weil hinten raus kannst du immer noch mit Qualität deinen Fußball weiterspielen. Auch von der Intensität her. Der Gegner wird irgendwann müde. Weil hinterherlaufen, wenn du das ganze Spiel machst, wirst du auch irgendwann müde. Und das ist wirklich beeindruckend zu sehen. Und deswegen vielleicht, wie schaut da deine Prognose aus, DFB-Pokal Europa League? Sind da noch weitere Titel drin für Leverkusen? Ja, das würde mich sehr überraschen, wenn sie gegen Kaiserslautern im Finale nicht gewinnen. Das ist eine Bank. Die haben einfach eine überragende Qualität. Und gegen einen Zweitligisten? Nein, der hat gar keine Chance. Kaiserslautern wird keine Chance haben. Und es gibt auch mehr als drei, vier Tore Unterschied. Definitiv im Finale. Und Europa League? Ja, die sind jetzt so weit. Einen Titel haben sie safe. Der zweite ist sehr greifbar. Und den dritten werden sie sich auch holen. Und wie gesagt, absolut verdient. Europa League, deine Prognose? Haben wir gerade schon gesagt. Ja, ja. Dass das erstmal eine Menge Selbstvertrauen noch gibt. Der Mannschaft nochmal einen Motivationsschub gibt. Und ja, DFB-Pokal brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden. Also Kaiserslautern in keinster Weise können die denen das Wasser reichen. Da gehe ich auch von aus, dass das Spiel 4-5-0 ausgeht. Und Europa League bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Weil da kann sehr viel passieren. Aber jetzt am Donnerstag gegen West Ham kommen sie weiter? Ja, das werden sie schaffen. Das werden sie schaffen. Das denke ich schon. Aufgrund auch der stabilen Abwehr, die sie haben. Aber auch da muss man sagen, da trifft Alonso ja auch. Er lässt ja immer den zweiten Torwart spielen. Das ist auch unglaublich. Und der Junge macht auch seine Dinge. Und wenn er mal einen Fehler macht, dann ist das egal. Auch die Spieler gehen sofort zu ihm hin. Da sieht man, was für ein Teamgeist in dieser Truppe ist. Und das ist auch großen Respekt, wie er das geschafft hat, diese Mannschaft so zusammenzuführen. Und ich glaube schon, dass wir es schaffen bis ins Finale. Aber ich bin immer vorsichtig, so ein bisschen mit den Titeln vorher schon zu verteilen. Man sagt ja immer so schön, solange der Kuchen noch nicht fertig ist, soll man die Stücke nicht verteilen. Und da halte ich mich dran. Okay. Aber so ein bisschen können wir zumindest gucken, inwiefern wir jetzt in Richtung Halbfinale verteilen. Also Europa League, das schafft Leverkusen. Da habt ihr euch festgelegt, zumindest jetzt mal eine Runde weiterzukommen. Du hast sogar von drei Titeln gesprochen. Schließe ich mich gerne an. Wie schaut es aus mit den Bayern und mit Dortmund? Lass uns das nochmal ganz kurz abarbeiten. Denn da stehen jetzt auch sehr brisante Spiele auf dem Programm. Die Dortmunder am Dienstag mit dem Rückspiel gegen Atletico. Hinspiel 1-2. Die Bayern mit dem 2-2 im Rücken zu Hause gegen Arsenal London. Eure Prognosen bezüglich dieser Spiele. Fangt gerne an, Thierry. Also ich würde mir wünschen, dass Bayern München weiterkommt. Dass sie die Saison halbwegs ordentlich noch über die Runde bekommen. Ich glaube aber in der Bundesliga werden sie nicht Zweiter werden. Das glaube ich nicht. Okay, Stuttgart kommt noch vorbei. Ja, ich glaube Stuttgart geht vorbei. Was auch dann verdient ist letztendlich. Tabelle lügt nicht. Und ja, Dortmund. Wirklich interessiert mich Dortmund eigentlich gar nicht. Ob die jetzt gegen Atletico weiterkommen oder nicht? Das freut mich für das Ruhrgebiet generell. Ich bin Ruhrgebiets-Fan. Definitiv. Aber ja, wie gesagt. Emotionslos. Für mich emotionslos. Wobei ich auch da einen Hut vorziehe vor den Fans. Immer über 80.000 im Stadion. Es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Das auf jeden Fall. Und deswegen ist es schade, dass Schalke 04 nicht hochkommt. Dass mein Verein vierte Liga rumkrebst. Wo ich wirklich ehrlich gesagt das Kotzen kriege, wenn ich daran denke. Vor ein paar Jahren haben wir noch mit denen allen zusammengespielt. Und jetzt spielen wir gegen die zweiten Mannschaften von denen. Wahnsinn. Dortmund und Bayern in der Champions League. Deine Prognose? Dortmund glaube ich scheidet aus. Okay. Obwohl es vom Sportlichen her schlecht für uns ist. Wir wollen ja diese fünf Plätze haben. Das ist ja ganz klar. Aber Dortmund glaube ich trotzdem, dass das vorbei ist. Bei Bayern glaube ich, dass wir es ins Halbfinale schaffen. Aber dann denke ich auch, dass es dann auch vorbei ist für den FC Bayern. Also Bayern wird kein Champions League Sieger und wird auch nicht ins Finale kommen. In der Bundesliga, ja, das wird spannend noch zwischen Stuttgart und Bayern. Ich glaube, wichtig ist dabei auch der Ausgang des Spiels jetzt gegen Arsenal London. Wie es auch in der Bundesliga weitergeht. Weil es im Sport ja gerne mal so eine Eigendynamik annimmt. Nein, das könnte durchaus sein. Kann aber auch sein, dass wirklich alle Konzentrationen nur noch auf die Champions League gelegt wird. Man wird sehen, wie rotiert wird dann. Man hat ja jetzt schon gegen Köln gesehen, dass einige draußen geblieben sind. Und Köln hat ja die große Chance gehabt, da noch einen Punkt zu holen. Die haben ja eine riesige Möglichkeit gehabt. Und in der ersten Halbzeit hat Köln auch richtig gut gespielt. Also hat die Chance nicht genutzt, die 1. FC Köln. Das wäre nochmal ein großer Schritt gewesen. Aber wie gesagt, so denke ich, dass es verteilt ist. Aber ich glaube nicht, dass eine deutsche Mannschaft in diesem Jahr im Finale stehen wird. Außer vielleicht Leverkusen in der Europa League. Das ist wieder was anderes. Wir haben ja von der Champions League angesprochen, mein lieber Cedric. Ja, ja, richtig. Auch wenn du, ich muss das immer wieder anbringen. Jetzt ist er wieder, ich habe es bisher noch nicht gesagt. Feri, ich weiß nicht, ob du das überhaupt weißt. Cedric ist Ehrenvorsitzender des Fanclubs von Bayer Leverkusen. Und ich muss das hier immer wieder Woche für Woche erwähnen, weil der wird mich immer wieder... Ach du, Leverkusen, Leverkusen, das ist ja Wahnsinn hier. Bei dir ist es sehr Schalke-lastig, deswegen brauchen wir auch mal einen kompetenten Gast in der Mitte, der auch mal so ein bisschen eine andere Farbe rein will. Leverkusen ist geil, ich war im Stadion. Da ist alles wirklich vom Eintritt ins Stadion bis zum Ende. Es ist alles mega perfekt, mega freundlich und das ist so ein sympathischer Verein. Und die haben es absolut verdient, diese Erfolge. Und die Erfolge kommen ja nicht von ungefähr. Kurze Frage, wann fahrt ihr zusammen in den Urlaub? Das habe ich ja jetzt... Nein, das war ein sympathischer Verein. Nein, das habe ich ja jetzt ein bisschen gemerkt. Sehr sympathisch ist er mir. Habe ich ja gerade schon gemerkt, wo der Zug hier hinfährt. Nein, nein, nein. Und vielleicht noch als Schlusswort Folge 13, weil es ja momentan sehr feierlich ist, rund ums Bayer Kreuz und das ist nun mal eben ein großes Thema. Ich meine, so eine deutsche Meisterschaft ist schon was Besonderes. Du bist nicht Deutscher Meister geworden, bist aber aufgestiegen, dreimal, 91, 93 und 96 mit dem MSV. Ja, richtig. Warst du auch da so ein Feierbiest oder wie hast du das erlebt? Ne, das ist ja Wahnsinn. Also dann war ich der größte Erfolg eigentlich, aber wo ich nur zwei Spiele gemacht habe, war DFB-Pokal, wo DFB-Pokalsieger geworden sind. Die West-Nacht-Köln. 1983. Ja. Und dann sind wir einen Tag nach der Feierlichkeit, sind wir dann ans Rathaus gefahren, zum Eintrag ins Goldene Buch. Und da waren vielleicht 500 Leute, die dort standen und uns gefeiert haben. Wenn man das sieht, was hier heute los ist, wenn ein Erfolg da ist, es ist Wahnsinn. Einmal habe ich so eine Situation mitmachen dürfen beim MSV, wo wir wirklich unerwartet aufgestiegen sind, 1991 im harten Duell mit meinem Freund Didi, Schalke 04, wo beide dann aufgestiegen sind in dem Jahr. Das war für den MSV überraschend. Da war richtig was los. Aber die beiden anderen Male, 93 und 96 sind wir davor aus der ersten Liga abgestiegen und haben das sofort wieder repariert. Da wurde das von uns erwartet. Da waren die Feierlichkeiten, die waren, das war eigentlich normal. Es war eigentlich, man musste es wieder... Aber das war der Zeitgeist damals. Heute erwartet man das auch vom HSV, vom FC Schalke und sonstiges. Wir kriegen es aber nicht auf den Baum. Und wenn wir es schaffen würden, dann würden alle eskalieren. Das ist der Unterschied. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ich muss noch eben anfügen, wir sind damals Erster geworden. Der MSV war Zweiter. Nur am Rande. Das stimmt, aber... Und bei uns waren 100.000 Menschen danach auf dem Platz. Wahnsinn. 100.000. 100.000. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Stadion 70.000 und draußen auch noch danach waren wir auf der Bühne. Da war auch nochmal... Ach, das war der Hammer. Das ist ja das Besondere. Das war Schalke einfach. Schalke ist Schalke ohne Wenn oder Aber. Da braucht man gar nicht drüber sprechen. Schalke ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Es gibt keinen geileren Klub im Pott als den S 04. Vielleicht sollten wir dann mal eine Sonderfolge aufnehmen. Die Aufstiegssaison 91. Dass wir dann nochmal irgendwie zusammenkommen. Und dann mal so ein paar Spiele raussuchen. Ich werde mich sehr gut vorbereiten. Ich werde die Saison auseinander deklinieren. Und dann werden wir das mal durchgehen. Werdet ihr euch wundern. Vielleicht können wir das mal machen, weil so dieses... Ich mache das immer sehr gerne in Erinnerungsschwelgen, weil beim Fußball früher nicht immer alles besser war. Aber vieles dann doch nochmal sehr, sehr besonders. Ist aber ein Thema für einen anderen Zeitpunkt. Erstmal ganz lieben Dank für Folge 13. Didi, dir viel Spaß am Wochenende beim vielleicht dann rettenden Auswärtssieg der Schalker. Wo geht es nochmal hin? Nach Elbersberg. Boah, Kaiserlinde ist schwer zu spielen. Haben jetzt Pauli geschlagen. Aber schauen wir mal. Haben einen guten Trainer mit MSV vergangen, Horst Steffen. Ja, ja. Fußball dort reingebracht. Ja, richtig guter Junge. Deswegen ist er jetzt auch da und nicht in Duisburg, weil er Kompetenz hat. Genau. Leider hast du recht, Patrick. Um deinen Ball aufzunehmen von Beginn der Folge. Super. Und ganz lieben Dank, Ferry Schmidt, für viel Expertise, für klare Worte. Genauso brauchen wir das hier. Weiterhin dir alles Gute. Und wenn du mal in die Bayerinnen kommen möchtest, klingel einfach durch. Das war meine Ehre. Vielen Dank. Was bin ich nochmal? Was hast du gesagt? Ehrenvorsitzender des Fanclubs. Ehrenvorsitzender des Fanclubs. Da soll ich ja an Karten kommen. Also, dann vielen Dank noch. Euch eine schöne Woche. Und wie sagt's immer so schön? Glück auf!